Nein! Oh, Luke! Hey ho Leute, willkommen zu einem Team Battle und zwar mit Gomme HD, mit ganz vielen anderen YouTubern auch noch und ja, ne? Genau, wir hatten ja schon mal sowas auf den Kanälen von uns beiden. Ähm, damals hatten wir noch Kisten, die man finden konnte und ähm, ich sag mal Spezialfähigkeiten, die hat man heute nicht. Heute hat jeder gleiche Chancen, heute hat wirklich jeder, ähm, was hat jeder, genau die Sachen, die man gerade im Inventar liegen hat, die hat wirklich jeder und damit können wir, ja, Spaß haben und die Gegner trollen. Also TNT, hä? Hey, ich hab meine Lederkappen. War das bei dir auch gerade? Ja, ich hab, oh lol. Okay, komm. Hey, ich hab zwei Lederkappen. Ja, wach für. Ich bin da, äh, wir laufen einfach da, wo die anderen nicht hier laufen. Einfach weg. Okay, die beobachten uns doch bestimmt. War jetzt, ist das jetzt aber nicht so die Regel, dass man zum Beispiel wie beim letzten Mal nur zweimal nach unten bauen durfte oder irgendwie so? Nicht geht diesmal nicht, gell? Nee, ich glaub nicht. Man darf wirklich heute runterbauen, wie man möchte. Okay, vielleicht haben wir ja wieder das Glück, wie beim DayZ-Battle, dass wir die erst finden. Ja, das wäre richtig nett, wenn wir die finden würden. Ja, scheiße, wir brauchen Holz. Oder allgemein eng eine Höhle. Erstmal sollten wir gucken, ob wir hier irgendwo einen Sumpf oder irgendwas, oh, da ist vorne so ein Tropen, finden. Oh, da ist eine Schlucht, da ist eine Schlucht. Jawohl, Luke. Wir brauchen aber, das geht schon mal gut, Luke. Ja, wie wir einfach wieder alles finden, ne? Okay, wir brauchen aber auch, wow. Wir brauchen, ah, ah, da ist ein Dschungel, glaub ich. Und nochmal für die Zuschauer, wir haben vier Lebens. Das heißt, jeder von uns beiden kann zweimal sterben und ja, wenn wir beide meinetwegen insgesamt viermal gestorben sind, dann sind wir raus und haben verloren. Und wir spielen wirklich gegen alle. Wir haben hier niemanden, keinen Verbündeten oder so. Timbermod, komm. Ja, hab ich auch gerade überlegt, ne? Oh, der war so gut hier, bei so einem Baum. Das wird so schnell gehen. Soll ich mal etwas Stein gleich auf Anhieb holen? Aber nee, können wir beide machen. Ja, machen wir einfach gleich beide, aber... Wollen wir mit dem TNT irgendwas in die Luft sprengen, hier den Baum? Warte, wir holen uns vielleicht noch... Reicht es, wenn wir uns... Ja, ich glaube, Kekse oder so ist... Kekse ist unnötig. Ach, wir haben hier Stein, lol. Okay, dann baue ich mal eben für uns beide Steinspitzhacken, okay? Okay, ja, okay. Was ist mit Keksen? Sollen wir die craften oder ist es unnötig? Ich glaube, die bringen uns nicht viel. Weil wir brauchen ja auch Weizen, wir brauchen auch Weizen. Beim Anfang würde ich erstmal Eisen suchen gehen und Nahrung. Wenn du hier irgendwo Tiere siehst, dann schlachte die erstmal, würde ich vorschlagen. Schafe sind jetzt toll. Ja, Schafe bringen uns nicht viel. Ja, haha. Hm, okay. Hast du, oder...? Also eine... Warte, ich gebe dir schon mal eine Spitzhacke, die liegt da. Habe ich, jo. Sollen wir dann wieder zur Schlucht zurück? Ja, genau. Ich nehme auch mal eine Schaufel mit. Und mehr nehme ich noch nicht mit. Ich nehme auch doch die Werkbank, die nehme ich auch mal mit. Wie wollen wir das machen? Weil die Gegner, die kommen doch hier bestimmt mal vorbei und sehen dann direkt, oh, da ist eine Schlucht. Wollen wir hier wirklich nur mal eben schnell rein, ein paar Sachen holen und dann wieder raus und eine andere Basis bauen? Oder wollen wir hier lange drin bleiben? Hm. Ja, ich würde nicht lange drin bleiben hier, weil... Nee, ich auch nicht. Die ist so offensichtlich. Ich meine, da waren wir beim DayZ-Battle richtig gut getarnt. Unter Wasser, dann noch so ein... Direkt an einer Glaskuppel entlang ein Eingang. Ja, das war schon... Das war wirklich richtig optimal. Haben wir hier... Wir haben hier keine Glaskuppel, oder? Glaube nicht. Und pass auf, ne? Da könnte man runterfallen. Ja, das geht noch. Das schaffen wir. Boah, die neuen Geräusche, der 1.4, die kann ich so noch gar nicht, wenn man Erde abbaut. Ui, ui, ui. Ah, wo war das Eisen? Hier war irgendwann an der Seite Eisen. Bauen wir mich auch mal hier etwas nach unten. Hallo. Oh, hallo. Da geht's dann, da falle ich dann, wenn ich mich da, wo ich war, runterbaue. Aber ich hol mir da das Eisen. Oh ja, stimmt. Hier kann man aber runter an der Stelle. Ja, ich sneak schon die ganze Zeit, also... Okay, ich gehe hier schon. Wenn man hier vorbeikommt, dann, äh, sieht er uns hoffentlich nicht. Hm, ich bin gleich unten, glaube ich. Ja, ich bin unten. Und ich baue gleich das erste Eisen ab, oder hast du schon? Ne, ne, ich habe... Jawoll. Das erste Eisen wurde abgebaut. So, jetzt habe ich auch Eisen. Zwei Stück, aber nur... Okay, wir haben hier richtig... Ich habe hier schon... Ich habe in einem Blick richtig viel Eisen. Au. Musste ich hier mal umgucken. Da ist Kohle. Den nehme ich auch mal... Ups, Allah. Oh, Ups. Den nehme ich auch mal mit. Und immer schön Kohle abbauen, da können wir uns hier schön aufleveln. Und vielleicht haben wir irgendwann wieder, wenn wir Leder haben, ein Enchantment Table. Und können dann schön wieder ein Diamantenschwert verzaubern. Warte mal, dann hole ich oben... Dann müssen wir nochmal hoch, wegen dem Zuckerrohr draußen. Genau. Ja, da war gar nicht so viel Zuckerrohr, das haben wir ja alles vergessen. Da waren wir beim DayZ-Battle, aber du schlauer, da hatten wir wirklich so instinktiv das mitgenommen. Wir hatten auch überhaupt keine Ahnung wofür, aber haben wir es auch nochmal mitgenommen. Ja, das Problem war ja dann, dass noch das Leder, aber das war ja dann... War da gut zu lösen mit den Kuhs bauen, naja. Da hatten wir dann so viele Kühe nach dem ersten Aufnahmestopp, weil alle sich gespielt hatten, ja keine Kühe. Und die ganz anderen haben nicht gecheckt, dass man sich daraus das alles machen kann. Warum haben wir gar nicht verstanden, warum sich immer wir beide darüber beschwert haben, dass da Leder und so fehlt. Das war so klar. Okay, Eisen. War hier schon Ende von der Schlucht? Haben wir hier eine Mini-Schlucht? Ja, anscheinend. Dann mache ich jetzt mal einen Ofen. Nee, warte mal. Ich grabe mich hier mal durch die Wände etwas. Vielleicht finde ich ihn noch irgendwie in Gang. Manchmal habe ich ja so ein Glück, da baue ich mich einfach mal irgendwo runter. Hast du Kohle oder sowas? Kohle, da bleibe ich Kohle. Ja, dann gib mir ein bisschen Kohle. Ich brenne wahrscheinlich. Wie viel denn 5 Euro, 10 Euro? Egal, gib Kohle. Nein, hier zwei Stücke. Habe ich nur zwei Stücke? Ich meine, ich habe doch mehr abgebaut. Und mein Inventar ist noch nicht voll. Egal, egal. Hier oben ist also irgendwo, wo das leuchtet bei mir da, ist Ofen und Craftingbox, ne? Yo, ich baue nochmal eben da oben Eisen ab. Da habe ich was gesehen. Ja, das werde ich auch gerade tun. Und wir haben, wie gesagt, noch ein Stück TNT. Was können wir damit machen? Entweder wir nehmen das für die Gegner, wenn wir irgendwie die Festung von denen sprengen wollen, oder wir nehmen das irgendwie hier für so eine Höhle. Und gucken mal, ob wir damit Glück haben und irgendwo eine Höhle finden. Hm, ich würde es vielleicht eher, wenn du zum Beispiel einen Gegner nicht entdeckt oder so, einfach hinter ihm das platziert und anzünden. Aber das dauert auch immer. Das finde ich eigentlich immer affig bei irgendeinem Battle, wenn da einer TNT hat, genau voreinsetzt, und er erstmal noch eine Minute braucht, bis er dann die Redstone-Fackel in der Hand hat, und dann wirklich das TNT hochgeht. Das dauert Ewigkeiten. Das bemerkt doch bis dahin jeder, weil man auch den Ton hört. Ja, ja, schon klar. Aber ich glaube, das TNT ist fast irgendwie immer unnötig. Eben, das braucht man eigentlich nicht weg. Deswegen, wenn, dann brauchen wir das, um eine Befestung irgendwie in die Luft zu jagen von den Gegnern, oder hier in der Höhle einen weiteren Gang frei zu sprengen. Eins von beiden. Wenn nur das, aber ich glaube, das Gang frei sprengen, so viel sprengt der TNT jetzt nicht weg, dass man das braucht. Sind eigentlich Monster an? Ich weiß es nicht. Brauche ich mal fragen im Chat? Frag mal. Das wäre recht gut, wenn nicht, weil dann haben wir, wenn wir wieder auf Höhlentour gehen, richtig viel ruhig. Oh, geil. Keine Monster an. Ist ja nice. Okay, gut. Ich habe nochmal Eisen, 18 Stück. Eigentlich könnte ich ja nochmal einen neuen Ofen bauen. Oh, nee, wir haben nicht viel. Auch Wärmkohle. Okay, gut. Okay, ich habe jetzt nur mal noch eine Steinspitzhacke gemacht. Ich werde mir jetzt aber noch ein Eisenschwert machen. Jo. Und dann fange ich mit der Rüstung an. Ja, ich brauche auch noch ein Eisenschwert, ne? Soll ich dir jetzt craften? Ja, mach das gerne mit. Und ich würde vorschlagen, wenn das Eisen da eingeschmolzen ist, dann gehen wir auch direkt wieder hier raus. Ja, ja, ja. Und suchen die nächste Hülle. Hast du Nahrung? Ach, ich habe ja Nahrung. Cool. Wir brauchen aber Melonen sind ein bisschen wenig. Da oben ist noch Eisen. Ja, wollte ich gerade sagen. Da oben ist noch Eisen. Da brauche ich mich mal hoch. Und da vorne ist noch Kohle. Echt weit an der Oberfläche. Das sollten wir holen, wenn wir hier rausgehen, würde ich vorschlagen. Aber hier, das hole ich mir noch, das Eisen. Schon so gut wie meins. Okay, soll ich schon anfangen, Rüstung zu craften, oder? Boah, ja, klar, kannst du machen. Ich meine, wir haben Eisen. Oh, nee, brauchen wir eine Eisenspitzsacke. Brauchen wir auf jeden Fall. So, dann crafte ich mal eine. Dann crafte ich lieber mal eine. Genau. Wenn wir Diamanten finden würden, das wäre ein Traum. Einfach nur ein Traum wäre das. Ja. Boah, die Dio, der Kombi mit Enchant und Rüstung und so. Okay. So, ich glaube, ich baue da noch... War da noch Kohle? Ich glaube, da war noch Kohle. Dann baue ich die nur ab wegen XP-Punkten und so. Hast du schon Level voll? Nee, ne? Doch, eins. Ein Level habe ich. Ne, im Ernst? Doch, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Nee, so voll ausgerüstet. Ich habe ja die Minimap drauf und ich sehe... Nee. Boah. Was ist das denn da? Wo? Wo? Was ist wo? Ähm, da ist eine... Wenn ich auf die große Karte schaue, dann sehe ich auf jeden Fall auf der Karte... Eigentlich ist alles grün und dazwischen sind Flüsse. Aber ich sehe da einen Riesenfleck. Da ist alles aus Stein. Da ist bestimmt eine Höhle. Eigentlich mal so weit weg von uns. Und dahinter, ja, sonst sind auch überall kleine Höhlen irgendwie. Okay. Also ich glaube, wir haben... Geil. Wir sollten hier wirklich bald aufbrechen und die nächste Höhle aufsuchen. Ja. Sollen wir das... Also warten wir halt noch, bis das Eisen gebrannt ist. Ich habe mir jetzt schon mal eine Hose gecraftet. Jo. Sonst, ich habe jetzt noch sechs Eisen so. Könnte ich mir jetzt... Das wird auch schon dunkel langsam, glaube ich. Theoretisch Schuhe craften. Ja, mache ich noch schnell. Normalerweise findet man immer so an den Enden von solchen Schluchten noch Höhlen. Aber hier findet man bestimmt keine Höhle mehr. Das war wirklich nur eine Mini-Schlucht. Oder? Hier ist Erde. Erde, komm. Bitte, bitte, bitte. So, das... Restliche Eisen... Warte, ich gebe dir mal das restliche Eisen alles. Das sind jetzt 13 Stück. Also nur Höhle ist mir auf jeden Fall nicht mehr. Hier 13 Eisen kannst du jetzt alles draus craften, was du willst. Ah, cool, danke. Oder du hast doch ganz sicher noch Eisen abgebaut, gell? Stimmt, drei Stöcke noch. Ja, dann... Die gebe ich dir nochmal. Bitte schön. Das sind dann auch deine. Erstmal einen Helm. Dann den Krustpanzer. Okay. Hat gereicht für einen Helm und einen Krustpanzer. Ja, da sind jetzt noch drei Eisen hier drin. Das sind auch deine. Kannst du behalten. Okay, damit kann ich mir aber noch keine Schuhe craften lassen. Ach, du hast den Helm noch gemacht. Ja, ich habe den Helm jetzt erstmal gelassen. Ich habe ja noch einen zweiten. Den kann ich eigentlich mal wegwerfen. Da sehe ich die Sachen da. Achtung, gleich sind wir hier fertig. Wir können dann direkt wieder aufbrechen. So. Eine Werkbank habe ich dabei. Den Ofen nehme ich nochmal mit. Die Kohle nehme ich mit. Und ab der Fisch. Und los, los, los. Ja, ich habe... Also Eisenspitze habe ich auch. Okay, gut. Da oben war noch Kohle. Die hole ich mir natürlich nochmal. Ich würde vorschlagen, wir bauen uns beide einfach hier genau nach oben. Wir haben ja... Du hast doch auch Stein, oder? Ja, klar. Okay, gut. Dann hole ich mir da oben mal die Kohle weg. Und dann können wir direkt in die nächste Höhle. In die nächste Höhle. Oh nein, meine Spitzhacke ist fast kaputt. Oh, verdammt. Vergessen, ey. So, dann wo war Zuckerrock? Direkt hier nebendran. So. Da ist eine Höhle. Wo? Oh. Ja, nice. Das ist ne Schlucht. Ich glaub, die meint dich. Warte mal. Die meinte ich nicht mal. Hier ist ne kleine Schlucht. Da hab ich Eisen drin gesehen. Das ist jetzt hier noch. Oh, lol. Nein. Luke. Wo? Guck mal hier runter. Ah, du bist da. Ich bin hier runtergefallen, aber hier war Wasser. Okay, ich komm auf. Ein Glück. Ein Glück. Ich wollte hier gar nicht rein. Das war nur ein Mistgeschick. Als Regen erschein. Okay, ich baue mir hier das Eisen ab. Okay. Wenn man schon mal hier ist, dann baue ich mir mal eben schnell ne neue Spitzsacke. Aus Eisen, soll ich mal vorschlagen. Die lohnt. Die hält länger. Lohnt sich. So, ich baue hier Kohle ab. Ich bin schon da bezahlen. Aber ich bin schon wirklich gespannt, was sich hinter diesem Mega-Fleck da an Steinbild versteckt. Was dahinter steckt. Da möchte ich unbedingt mal hin. Wo meinst du? Ach, da ist ja Eisen. Und da unten ist Kohle. Wow, du bist in das Wasser rein. Wow, schock mich nicht. Ich dachte, da wäre einer runtergesprungen. Moment. Hier ist noch Kohle, aber da komme ich nicht ran. Doch. Ganz viel Eisen wieder. Die Strömung nervt hier. Und, und, und. Okay, das reicht, denke ich erst mal. Obwohl nicht hier ist Eisen. Okay, ich bleibe hier unten lieber noch. Und baue weiter ab. Und ja, wir hatten ja eigentlich, ähm, also ich hatte damals in einer anderen Staffel mit Minecraft angekündigt, dass wir eine besondere nächste Staffel haben werden. Leider, ähm, ja, hat der Mod, den wir eigentlich hierfür geplant hatten. Wir wollten mit dem Eisen. Na, 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 das ist doch Team Battle nicht, oder unser Battle, oder? Ach so, stimmt auch wieder. Ja, das ist ja ein ganz anderes Battle. Das ist ja ein komplett anderes Battle. Ja, gut. Vertan, okay. Aber trotzdem, für unsere Battle Staffeln, ja, haben wir was ganz anderes geplant eigentlich, ja. Das kommt aber, denke ich, auch Irgendwann noch, aber wir wissen noch nicht genau wann Weil der Mod nicht mehr gerade Weiterentwickelt wird und deswegen auch noch nicht Wirklich schnell Multiplayer fähig wird Genau, weiter Ich denke mal, die meisten wissen eh schon, um welchen Mod es sich dreht Oder? Ja, Suranik Hat es auch schon gesagt und ich habe es auch schon mal im Video gesagt Darf noch Eisen bei dir? Ach ja, hast du schon Okay, ich renne schon mal Soll ich schon mal weiter rennen? Ne, ich warte hier oben mal auf dich Bin hier schon raus aus der Höhle Oh! Oh, ein Leben weg Du hast schon mal ein Leben verloren, sehr schön Ich brenne mir jetzt noch So, ich habe jetzt noch was gebrannt für einen Helm Den ich mir jetzt schnell mache Okay, was haben wir? Ich gehe mal eben gucken, was das für ein Fleck ist, okay? Ja, mach das schnell So, ich damit Bitte was Gutes Das sieht echt so aus auf der Karte, als ob da irgendwie ein UFO gelandet hätte Okay, Steine, Steine, Steine Pole auf jeden Fall Okay, ich brauche mich wieder nach oben Mega-Höhle Hat mich hier nicht erwartet, aber Doch, hier ist ein Eingang für eine Höhle Ach, warte, das ist jetzt noch diese Anfangsphase Heißt das, dass die Leben, wenn man stirbt, nicht zählen, oder was? Ach, stimmt ja, ich glaube Das hat auch nicht gezählt Warte, wo bist du? Wo bist du? Warte, ich komme vorbei Ich komme vorbei Ich komme vorbei Ich bin hier schon in der Höhle, aber das war keine Mega-Höhle Bleib mal da stehen, wo du eben warst, okay? Ja Vorbei, wenn ich wüsste, wo Und noch mal warst Warte Wäre ja irgendwie blöd, wenn wir uns nicht mehr finden würden Nee, gar nicht Okay, da hinten war das, glaube ich Luke, hallo Wo bist du? Keine Ahnung Bist du da zu dem Dschungel hingerannt, oder? Nee, nee Den Dschungel, den sehe ich hier gar nicht Ach, da hinten bist du wahrscheinlich Ach, da, okay, ich komme vorbei Bleib da, wo du bist Ich komme vorbei Oh, PvP ist an Ich sehe dich, okay, ich sehe dich Ich komme hier angesprungen Nicht erschrecken Ja, ich habe das Und irgendwie spawnen hier richtig wenig Tiere, kann das sein? Ja, irgendwie schon Stopp Okay, warte, stopp Ja, dann Stopp, folge, okay Das heißt, wir müssen jetzt stehen bleiben Stehen bleiben, stehen bleiben Stehen bleiben Stehen gestanden Gut, und ja, wir verabschieden uns Das war die Anfangsphase Und jetzt im nächsten Part Warte, sehe ich da welche? Nee, boah, das war nur ein Render-Fehler Im nächsten Part geht es dann weiter Mit der Kampfphase sozusagen Und ja, wir sehen uns Bis zur nächsten Folge Ciao